So wie ich einst fiel, so fällt der letzte Skywalker. Alles, was sich bis jetzt zugetragen hat, ist nach meinem Plan geschehen. Ich bin jede Stimme gewesen, die du eh gehört hast. In deinem Kopf. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt, hat seine Rache geplant. Seine Anhänger haben jahrelang daran gearbeitet. Immer aus den Schatten heraus, von Anfang an. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unertunlich halten. Das sind deine letzten Schritte. Steh auf und gehe sie. Allein, wie man es gewesen ist. Wir haben all unser Wissen weitergegeben. Wenn die Macht ins Gleichgewicht weise, wie ich es tat. Über tausend Generationen leben in dir weiter. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Nichts wird sie aufhalten! Die Rückkehr des Ends! Ja. Immer. Nieu. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020